Machst du ein Picknick? Äh, nee. Steffis Hund das tut. Ich bin ja kein Arzt, aber ich glaub, dann helfen auch keine Würstchen mehr. Ist sie deine Freundin? Gut. Dann lass uns was Lustigeres unternehmen. Hier. Alles in Ordnung? Ja, mir war nur heiß. Was hast du denn eigentlich mit Lorenz gemacht? Nichts. Ich hab mich nur fürs Getränk bedankt. Sah aber nicht so aus. Hey. Wir sind doch Freundinnen. Schon vergessen. Ich hab uns ne Mitfahrgelegenheit organisiert. Was soll das? Keine Haar aufstehen. Weiter. Fuck. Alles. Ey, es ist echt... Ich zähle jetzt bis zehn und du rennst so schnell wie du kannst. Danach komm ich dir hinterher und erschieß dich, wenn ich dich noch sehe. Scheiße. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und jetzt? Wir gehen jetzt nach Hause. Irgendwas ist da. Und was soll das sein? Keine Ahnung. Aber der Hund ist tot. Jakob verschwunden. Und jetzt? Frau Lorenz. Oh nein. Dann bist du die Nächste. Was ist los? Was ist los? Ich hab gesagt, du sollst das nicht machen. Ich hab gesagt, du sollst das nicht machen. Vielen Dank.